Eine gut gepflegte Einzimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Neu-Isenburg. Das im Jahr 1968 erbaute Haus verfügt über sechs Etagen. Die Immobilie befindet sich in der fünften Etage und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller sowie einen Außenparkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 37 m². Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 480 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das wurde beteiligt.